Einen wunderschönen guten Abend! Ich spiel mal wieder Mega Man 3! Ähm, ja, mit meinen Legs. Und wir gehen hier weiter zu Break Man. Okay, das ist ein bisschen hart. Okay, jetzt auch. Das ist doch nicht Break Man, das ist doch Pro-Man! Und ich muss, glaube ich, erst mal reinkommen wieder. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Mario Galaxy den Wii-Controller in der Hand gehabt. Und ja. Oh nein! Gerade nachdem wir das letzte Element bekommen haben! Ja? Warum riefst du mit Gamma? Wer ist Gamma? Oh nein! Who the fuck? Die Augenbrauen des Todes! Was passiert hier? Oh yeah! Okay, es geht los mit den Wily Stages. So wie das hier aussieht. Ähm, ich muss mal überhaupt mal gucken, was habe ich hier eigentlich für Waffen? Needle, Magnet... Ah ja, die komische Kreislaufe, die nichts bringt. Hammer. Ähm, Gemini Laser heißt das Ding. Snake, Sparks, Shadowblades. Rush Jet, den ich nicht mehr verwenden werde. Ähm, so, das Leben holen wir uns mal. Gut. Oh Gott! Ja. Endlich mal wieder Megaman. Ich habe gerade nochmal ein Let's Play angeguckt. Oh ja, ich kann es leiden, genau. Ähm, und habe gerade wieder so Lust auf Megaman willkommen. Man glaubt es kaum. Aber es ist wirklich so. So. Mhm. Ich denke, den ich mal noch gleich mit. Ach ne, ich laufe lieber ganz langsam runter. Okay. Ein Buzzapart. Oh ja, Pinguine! Die Pinguine des Todes, bald in ihrem Kino, oder wie war das? Pfff. Ja. Ah. Eine Röhre. Sind wir hier bei Mario, oder was? Nein. Okay. Hier geht's weiter. Ähm. Noch ein Leben. Wie kann man diese Dinger hier kaputt machen? Hard Knuckles vielleicht? Hoppala. Jo. Knuckles. So. Noch ein Leben. Ich glaube, wir werden sie brauchen. Fünf. Und acht E-Tanks. Das gefällt mir ja richtig. Was ist das? Ah, ich habe ja richtig... Habe ich so gut gespielt? Vorher? Ich weiß es nicht. Sagt's mir. Ähm. Den E-Tank will ich haben. Knuckles. Bam! Fast. Ah, verdammt. Nehmen wir doch erstmal Coil. Damit holen wir uns den E-Tank. Oder auch nicht. Ähm. Nehmen wir erst Chat. mit. So. Dann nehmen wir wieder die Knuckles. So. Dann nehmen wir wieder die Knuckles. Den E-Tank will ich nämlich haben. Und dann holen wir uns hier gleich wieder, um die Knuckles aufzuladen. So. Ah, mein bester Freund. Mein bester Freund. Mein bester Freund. Der Typ, der aus dem Knast kam. Äh. Ja, vergiss das. Nö, nö, nö. Nein, nicht Coil. Chat. Chat. Pass aus nicht. Köter. Sehr schön. Gut. Das war's auch schon. Wie will man das sonst machen? Ist doch voll ... unlogisch. Egal. Und noch so einer von meinen Freunden. Äh. Buah. Uh. Stirb! Ja! Hehehehe. Hehehe. Ach, nö, auf dich hab ich gar keine Lust. So. Ja, ja, ja. Wow, das war knapp. Ihr mich auch. Ihr könnt mich mal auch. Wow, 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 geht weg. Brauch euch gar nicht. Okay. Wie lange ist diese verfluchte Stage? Ist das hier? Hoffentlich das Ende. Diese Scheiße hier. Okay. Ähm, yo. Ein Unterwasserlevel. Oder Boss. Und hier kommen Tornados aus dem Boden. Bist du der Boss? Nein. Wow, wow, wow. Okay, dieses Ding hier kann ich auch nicht angreifen. Oder wir probieren es einfach mal mit dem Gemini Laser. Nein. Ähm, dann Spark. Nein. Äh, Shadow Blade. Aua. Nein. Ich kann auf den Tornados laufen. Aber die bringen auch nichts. Ähm, dann... Was haben wir noch zur Auswahl? Magnet? Das wäre natürlich sehr geil. Wow. Was ist denn das jetzt hier für ein Kack? Nein. Needles? Nein. Irgendwas hat auch dieses Viech damit zu tun. Knuckles. Auch nicht. Äh, ja. Dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Was macht dieses... Oder muss ich einfach nur diese... Wuppala. So war das aber nicht geplant. Oder muss ich einfach nur diese Frösche besiegen? Ha. Guck, wir müssen doch einfach mal... Also können mich diese Tornados überhaupt verletzen? Ich weiß es nicht. Ah, leck nicht so. Ah, diese Schale hier explodiert. Nein, die können mich gar nicht kaputt machen. So. Ich probiere es jetzt einfach mal, indem ich diese Frösche hier zerstöre. Ach ja, tatsächlich. Da ist ja das Leben da oben von dem Geier. Wow, wow, wow. Das ist zu schnell. Wow, wow, wow. Yeah, das war es schon. Cool. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, es geht hier weiter. Wow. Da, 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 da. Okay. Hm. Ach, nö. Weiter, 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 weiter. Oh, ein Leben. Nein. Verdammt. Das war nichts. Gehen wir mal ganz an den Rand. So, und Sprung. Yeah. Doppelsprung und rüber und yeah. Sliden, sliden. Ich muss nur das Sliden wieder angewöhnen. Nicht, dass wieder irgendeine Scheißpassage kommt. Hier zum Beispiel werde ich es auf jeden Fall benötigen. Mhm. Mhm. Ja. Nein. Nein. Nicht die Bienen. Nicht die Bienen. Oh, shit. Oh, leck. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hasse die Bienen. Ähm, okay. Rush Jet. Oh, mein Gott. Ja, Leute. Ich freue mich mal wieder sehr, Mega Man spielen zu können. Echt? Ich bin hier. Ey. Wie viele E-Tanks haben die hier eingebaut? Ich mein, mich soll es nicht stören, ne? Wiii. Habe ich noch irgendwas unabüffelt? Oh ja, der Keul. Zack, zack. Sprung. Okay. Ich muss schauen, ob meine Aufnahme ist. Okay, passt. Okay, hier kommt schon wieder der nächste Boss. Was kommt hier? Oh, Gott. Ich ahne Schlimmes. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Ich bin jetzt ruhig. Tut mir leid. Okay, jetzt vielleicht noch nicht. Weil jetzt schaffe ich es eh nicht. Ich habe es so geahnt. Ein Wiedersehen mit meinem Lieblingsfreund. Aber er geht diesmal ein bisschen anders. Au. Okay. Ich bin eigentlich fast... Ach du Scheiße. Also sobald ich beim Boss bin... Werde ich... Eben... Ah, fuck you. Ah. Gott. So. Nochmal die ganze Stage. Also man muss... Also ich kann hier ziemlich E-Tanks rausknallen. Sehe ich das richtig? Wui. 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 Okay. Was war hier eigentlich die Waffe gegen diese blöden Viecher? Ähm. Ich probiere es mal mit den Blades. Aber das bringt doch genauso wenig was. Nein, 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 nein. Das kommt mir nicht so nah. Ja, die sterben ja eh bei einem Schuss von dem Powerbuster. Von dem Powerbuster. Von der Jute aus dem Powerbuster. Oh, fuck. Oh, man. Ich stelle mich schon wieder an. Oh, Gott. Okay, Chat. Go, Chat. Aber nicht, dass mir der Chat hier wieder ausgeht. Wow, wow, wow. Rush. Mach keinen Scheiß. Ey. Köter. Ich springe jetzt einfach mal. Okay. Okay. Alles so gut. Ich mache hier einen kurzen Cut. Das wollte ich vorhin sagen. Ja. Ich gehe hier noch kurz rein. So. Und jetzt drücke ich hier auf Stop. Und die Aufnahme auch auf Stop.